Hi ihr Lieben, Willkommen zurück auf meinen Kanal. Ich werde jetzt euch einfach mal zeigen, wie es hier bei Antje und Jo aussieht. Dann gehen wir mal rein. Erst die Tür. Riesengroß. Dann gehen wir hier die Treppe hoch. Nach der Treppe kommt ein Hexenkörbchen. Da kommt da hier Stromkasten. Dann kommt gleich das erste Zimmer, das Himmelbett. Da schläft meine Oma drin, weil wir sind bei Antje zu Besuch. Da schläft meine Oma drin. Kommen wir zum zweiten Zimmer. Hier schläft Antje drin, die hier auch wohnt. Und Jürgen. Dann hier ein riesengroßer Schrank. Hier, ich sprühe ihn mal ein bisschen. Wenn ihr wissen wollt, dass das einfach duftet kann. Gut einfach. Bei der muss man aufpassen. Hier schlafen wir drin. Großer Schrank. Da schlafe ich. So Fenster. Das ging halt hoch. Danach ist ein kleiner Abstellraum. Dann kommt hier der Flur und es geht noch weiter runter. Danach ist hier so ein Schrank. Hier wohnt Nadine und Carsten. Hier schläft Nadine und Carsten drin. Nadine und Carsten. Nadine und Carsten. Das Bad zahlen wir gleich. Hier wohnt Julio und Benni. Hallo. Wie die wohnen, tun die hier. Aber die schlafen hier auch. Wir sind einfach mal hingefahren, weil es ist meine Tante. Und danach kommt hier mega kurz den Fußboden an. Die Dusche. Das, 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 das. Das ist sehr unwichtig. Hier die Badewanne. So, so, so. Hier. Jetzt hier. 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 Da. Guckt mal genau hin. Ist das nicht cool? Ich will mich jetzt nicht so zeigen, Leute. So, dann zeige ich euch gleich mal unten den Bereich. Eigentlich. Eigentlich hätte ich von Anfang kommen müssen. Hier ist der Kette. Da sind andere drin. Alle anderen. Dann kommt hier die Küche. Hab ich noch angesucht. Na, Fußboden sieht so aus. Dann gehen wir weiter. Hier. Schuhe überall. Gehen wir mal in den zweiten Bad. Hello, friends. Ich habe gesagt, ich will nicht, meine Mama will nicht, dass ich mehr so gesehen werde. Deswegen mache ich jetzt einfach nur so. Hier ist Toilette. Wieso ist die Karte offen? So, dann geht's mal noch. In der Stube. Hier. S-Bereich. Danach ist der Antje. Hier kann man sich jetzt so schön hinsetzen. In der Pflanze. Fenster. So. Hier schläft Emily. Heiko drauf. Und da Opa. Mein Opa. Der schläft gerade. Ich habe mich gerade so erschrocken. Ich habe das gar nicht gemerkt. Ja. Geht schnell hier raus. Und macht die Tür zu. So. Und das war's. Mit den kleinen. Warte. Ich führe euch nochmal. Heiztinks. Und das war's. Mit den kleinen. Mini-Blocken. Mini-Blocken. Und das war's. Halt das. Man auch bloß für bereits. Geht zu. Vielen Dank.